Musik Wir sind der TSV Gutsmutz vierte Mannschaft und wir kommen aus der Turnergruppenmeisterschaft und dort machen wir vier Disziplinen. Diese vier Disziplinen sind das Turnen, das Tanzen, beides in der Gruppe zu acht. Dann werfen wir noch einen drei Kilo schweren Medizinball rückwärts über den Kopf und machen einen Orientierungslauf durch einen Wald, wo wir Punkte finden müssen. Wir sind bei den Norddeutschen Meisterschaften Vizemeister geworden und bei den Deutschen Meisterschaften in Regensburg im Oktober sind wir dann auf dem fünften Platz gelandet. Und das waren super Ergebnisse für uns. Auf jeden Fall die Diversität und Kreativität, weil wir echt ganz schön viele verrückte Charaktere zusammen in dieser Mannschaft haben. Außerdem sind wir eine reine Männermannschaft und in unserem doch sehr von Frauen dominierten Sport gibt es das nur dreimal in Deutschland. Und so erfolgreich wie wir in diesem Jahr waren, ist sonst keine reine Männermannschaft. Musik Und deswegen... Eure Stimme! Für uns! Für uns! Musik Für uns! Für uns! Bringing- Eure Stimme! Für uns! Und هنا so Schön! Wir müssen! Somebody weiss! Wir müssen!